Ob ihr es glaubt oder nicht, aber heute geht es schon wieder um die DJI Mavic 3. Und das, obwohl ich doch erst vor kurzem mein Langzeit-Review dazu endlich fertig gemacht habe. Aber heute geht es um die neue Mavic 3 Classic, die ich in den letzten zwei Monaten ausgiebig ausprobieren durfte. Im Prinzip ist das die Mavic 3, wie sie hätte sein sollen. Mit all dem, was gut war an der Mavic 3 und ohne all das, was viele gar nicht brauchen. Also schauen wir uns das gute Stück mal genauer an. Ich bin's David, ihr schaut der Vision und Film ab. Ach ja, wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann vergesst Like, Abo und Druck auf die Glocke nicht. Und schaut auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Die Mavic 3 hatte von mir letztes Jahr jede Menge Kritik abbekommen. Vor allem aufgrund des überzogen anmutenden Preises von damals einzeln 2100 Euro. Noch dazu ein überzogener Preis für das Fly More Combo, einige nicht nachvollziehbare Einschränkungen zur alten Mavic 2 Pro und ein neuer Smart Controller für 1000 Euro war auch nochmal fertig. Aber, das muss man eben auch so sagen, in Sachen Bild- und Videoqualität gab und gibt es an der Mavic 3 nicht viel auszusetzen. Und es wird ja auch niemand gezwungen, sich eine neue Drohne für viel Geld zu kaufen, wenn die, mit der man derzeit unterwegs ist, immer noch reicht und man damit zufrieden ist. Die Mavic 3 hatte sich damals schon so etwas vom Consumer-Gerät hin zum Profi-Equipment gewandelt. Und auch bei ihrer Leistung ließ sie nur nach ein paar Firmware-Updates nicht mehr viel zu wünschen übrig. Grundlegend zusammengefasst kann man sagen, das ist eigentlich die derzeit beste fliegende Kamera, die man doch gerade so bezahlen kann. Und die vor allem für viele und für mich auch wichtig in den Rucksack passt. Nur wäre diese fliegende Kamera eben für so viel mehr Leute interessant gewesen, wenn sie einfach erschwinglicher gewesen wäre. Und tadaa, Auftritt Mavic 3 Classic. All das, was gut ist und war an der Mavic 3, nur in deutlich günstiger. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch nicht erwartet, dass es so viel günstiger wird, denn die Classic kostet nur 1600 Euro mit der normalen Fernsteuerung. Das sind 330 Euro weniger als die Mavic 3. Noch dazu wird die Drohne auch einzeln angeboten, kostet dann nur 1500 Euro. Und das ist für all die, die schon einen RC Pro oder einen DJI RC haben. Und im Paket mit der DJI RC Fernsteuerung wird sie für 1750 Euro angeboten. Das ist dann mit diesem kleinen Smart Controller immer noch 130 Euro weniger als die normale Mavic 3 mit der normalen Fernsteuerung im DJI Store kostet. Und das ist schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Ich habe dann lange gesucht, wo noch gespart wurde, aber es gibt nur diesen einen einzigen Punkt, nämlich die Kamera. Aber auch das ist zu verschmerzen, denn hier wurde einfach die Tele-Linse weggelassen. Alles andere bleibt exakt gleich. Das heißt Mavic 3 minus Tele-Kamera ist gleich Mavic 3 Classic. Und dass diese Tele-Kamera im direkten Vergleich über 300 Euro einsparen soll, das erscheint mir ein bisschen hoch. Aber beschweren will ich mich nicht, dass der Preis der Mavic 3 Classic jetzt so viel interessanter ist, als es bei der Mavic 3 letztes Jahr der Fall war. Aber diese Tele-Kamera, die hatte sowieso einen richtig schweren Start. Anfangs viel zu viele Einschränkungen, eine umständliche, unklare Bedienung und richtig viel Kopfschütteln bei den Kunden, mir auch eingeschlossen. Dann nach ca. 7 bis 8 Monaten gab es endlich die nötigen Firmware-Updates, damit es richtig Spaß gemacht hat, man das im Pro-Modus nutzen konnte. Und trotzdem würden viele, wenn sie können, doch darauf verzichten, um eben den ganzen Batzen Geld zu sparen. Dieser Versuch, das Beste aus der Mavic 2 Pro und Mavic 3 Zoom in einem Produkt zu vereinen, war dann wohl nicht so erfolgreich. Und hätte es vor einem Jahr schon die Mavic 3 Classic gegeben, dann hätten vermutlich die absolut wenigsten die Mavic 3 mit Tele-Kamera gekauft. Wenn ihr Mavic 3-Besitzer seid, lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr das ähnlich seht. Zumindest hatte meine kleine Instagram-Umfrage das recht deutlich gezeigt und so waren auch meine Gedanken dazu. Schaut da auch gerne mal vorbei und folgt mir da natürlich auch gerne, wenn ihr bei sowas in Zukunft mitmachen wollt. Die wichtigste Frage war dann natürlich vorab noch, ob es noch andere Unterschiede gibt im Vergleich zur normalen Mavic 3 und die gibt es eben nicht. Ich habe in ein paar Foren und Gruppen gelesen, dass echt viele sich ein Hochformat-Gimbal wie in der Mini 3 Pro wünschen würden, aber da muss ich euch leider enttäuschen. Das kann auch die Mavic 3 Classic nicht. Die Kameraeinheit ist zwar etwas kleiner und so wesentlich anders, dass man auch leider andere Filter braucht, aber sie ist eben nicht so viel kleiner, dass der Gimbal sich plötzlich auch ins Hochformat drehen kann. Das mit den neuen Filtern ist echt schade, denn das heißt, man braucht auch ein anderes Flymoor-Kombo-Paket für die Mavic 3 Classic, denn da sind ja für die normale Mavic 3 Filter mit drin. Ich habe hier wieder Filter von Freewell verwendet. Ziemlich cool daran, die haben so ein neues Case. Das finde ich richtig super, viel besser als diese alten Plexiglas-Cases. Filter werden wieder genau dann wichtig, wenn man mit 180 Grad Shutter-Riegel filmen will, aber es schlicht und ergreifend zu hell ist. Ja, das kann auch mit variabler Blende passieren und ja, viele sehen den Unterschied gar nicht, aber für mich sind Filter nach wie vor ein Muss an der Drohne. Links zu Freewells Mavic 3 Classic Filtern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dafür ist die Mavic 3 Classic die erste und bisher einzige Drohne, die bereits ab Werk ausgeliefert ein C1-Label hat. Ja, richtig gehört, die erste Drohne, die man nach neuer Drohnenverordnung ohne irgendwelche Umwege oder größere Einschränkungen direkt nach dem Auspacken und Anbringen eurer ID völlig konform fliegen kann mit Rechtssicherheit. Was die Mavic 3 also dann erst mit einer neuen Firmware, einem neuen Aufkleber, Verifizierung und so weiter und so fort hinbekommt, hat die M3 Classic hier schon mit an Bord. Alle Funktionen, die ich sonst noch zuerst in der Mavic 3 Classic ausprobieren durfte, weil ich sie ja vor dem Release hatte, sind mit dem Release-Zeitpunkt der Mavic 3 Classic auch per Firmware-Update auf die normale Mavic 3 gekommen. Zum Beispiel der Night-Mode für Videos bei sehr wenig Licht oder D-Log-Aufzeichnung. Jetzt nicht unbedingt nur noch mit ISO 400 und 800, sondern auch mit 1600. Und es gibt Cruise Control, richtig cool. Also eine Art Autopilot, der auf einem Knopfdruck eure derzeitigen Stick-Positionen speichert, sodass die Drohne weiter konstant in dieselbe Richtung fliegt. Das ist zum Beispiel beim Kreisen super praktisch, da man so smoothere Aufnahmen hinbekommt. Und ich stelle es mir auch für Hyperlapse echt richtig praktisch vor. Und apropos, eine Preview-Funktion für Hyperlapse-Videos gibt es jetzt auch. Alles insgesamt ziemlich cool, aber eben auch für die normale M3 per Firmware-Update gekommen. Alleinstellungsmerkmale an der M3 Classic gibt es nicht, aber eben auch sonst nichts, worauf man verzichten muss. So ist das Wegfallen der Telekamera der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen und man muss für den deutlich günstigeren Preis nicht auf mehr verzichten, als eben auf etwas, was die wenigsten wirklich brauchen oder gar genutzt haben, wenn sie es hatten. Sie sieht bis auf die Kamera auch gleich aus. Sie ist gleich schwer. Sie hat die gleichen Propeller, die gleichen Akkus. Sie klingt gleich. Ich habe für meinen Langzeittest der Mavic 3 die Telelinse nochmal ausführlicher vorgestellt, genutzt und getestet. Und Vorteile hat das schon. Die Kompression durch die Linse ist sehr stark. So kann man Motiv und Hintergrund näher aneinander holen. Dazu dieser verrückte Parallax-Effekt in Bewegung, was wirklich mega aussieht, wenn man es richtig einsetzt. Und eben der Fakt, dass man so auch weiter weg vom eigentlichen Motiv sein kann und es aufnehmen kann, wenn man zum Beispiel dort eigentlich gar nicht fliegen darf, was man gerade filmen möchte. 163 mm äquivalente Brennweite machen da eben schon einen Unterschied. Aber das sind eben trotzdem nur kleinere Use Cases. Und jeder, der eine Mavic 2 Pro hatte, der hätte jetzt sicher auch nicht unbedingt die Mavic 3 mit Telelinse gekauft, wenn er die Wahl gehabt hätte. Und genau deshalb will DJI natürlich auch ein bisschen, dass wir die Klassik hier als Nachfolger zur M2 Pro sehen. Und das liegt echt gar nicht mal so fern. Denn in dieser Hinsicht stampft die Mavic 3 Classic die Mavic 2 Pro eben mal locker flockig in den Boden und ist dabei nicht mal teurer als die Mavic 2 Pro zum Release war. Meine ganze Kritik an der Mavic 3 vom letzten Jahr wäre also abgesehen vom überteuerten Flymoor-Kombo komplett verpufft, hätte es die Mavic 3 Classic da schon gegeben. Ich hätte sie so gefeiert, denn dann wäre sie in keiner Hinsicht überzogen gewesen. 1700 Euro mit diesem Smart-Controller für eine deutlich bessere Drohne in jeder Hinsicht und eben sogar mitten im Controller mit Display. Die große Kamera ist auch in der Klassik drin, genauso wie in der Mavic 3 und genauso leistungsstark. Also 20 Megapixel-Sensoren, MFT-Größe, 24 mm Optik davor, variable Blende von 2.8 bis Blende 11, wobei 2.8 bei so einem großen Sensor eben auch mehr Licht bedeutet und so bessere Low-Light-Eigenschaften. Die Kamera-Optik wurde zum Mavic 2 Pro deutlich verbessert und hat nun viel weniger Probleme bei Gegenlicht und viel schönere Sonnensterne, die vielen Bildern nochmal einen extra Kick verpassen. Dazu natürlich auch die Video-Features, die hier weiterhin mit an Bord sind mit 5,1K Auflösung bis zu 50 Bildern pro Sekunde für etwas Slow-Motion aus der Luft oder sogar 4K 120 für mehr Slow-Motion aus der Luft oder eben 5,1K 24 für mehr Details bei besserer Bitrate pro Frame. Dann gibt es deutlich bessere Detailqualität, deutlich besseren Spielraum in den Log-Files, deutlich bessere Farbwiedergabe und, und, und. All das kann die Mavic 3 Classic eben auch und genauso gut. Und wenn ich euch jetzt die ganze Zeit Material gezeigt hatte, was ich übers letzte Jahr verteilt mit der normalen Mavic 3 aufgenommen hätte, dann hättet ihr keinen Unterschied gemerkt, denn es gibt keinen. Das gilt auch bei sowas wie der Flugzeit, die im Real Life ca. 50% besser ausfällt als zu einer Mavic 2 Pro. 46 Minuten, wie DJI sagt, sind jetzt nicht drin, aber zwischen einer halben Stunde, 35 Minuten oder gar 40 Minuten, das schafft ihr im normalen Flugbetrieb hier easy. Und das ist bei mir meistens mehr, als ich für einen Spot brauche. Das heißt, seltener laden, weniger Akkus mitschleppen und natürlich auch hier wieder über USB-C laden. Entweder von einer großen Powerbank, einem V-Mount-Akku mit USB-C oder auch von einem fähigen KFZ-Adapter mit mindestens 60 Watt Power Delivery. Weitere Vorteile der großen Akkus, bisher gab es auch bei Minusgraden keinerlei Probleme oder Gemecker. Die Akkus halten anscheinend auch kältere Temperaturen besser aus. Wobei mir da vor zwei Wochen nochmal vor Augen geführt wurde, dass es keine gute Idee ist, bei Minus 10 Grad im Starknebel zu fliegen. Ich dachte, ich komme oben durch die Nebeldecke raus und kann euch am Ende ein paar geile Ergebnisse zeigen, aber am Ende hatte ich eine stark vereiste Propeller an meiner M3 Classic, die die ganze Zeit um Hilfe geschrien hat, wegen Motor überlastet. Und am Ende durch den Nebel den Boden nicht gesehen hat und sehr, sehr, sehr unsanft im Schnee notgelandet ist. Zum Glück alles heil geblieben, aber bitte nicht nachmachen. Negative Temperaturen und Starknebel sind keine gute Idee. Ach ja, da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Das hilft zwar nicht bei einer kaputten Drohne, ist aber gesetzliche Pflicht. Und wenn ihr bisher noch keine Drohne hattet oder keine Drohnenhaftpflichtversicherung, dann schaut mal bei meinem Partner helden.de vorbei. Dort gibt es Privathaftpflicht für die ganze Familie, inklusive Drohnenabdeckung. Es gibt auch einzelne Drohnenhaftpflicht, aber auch gewerbliche Drohnenhaftpflicht und auch Drohnenkaskoversicherung. Und mit dem Code PHOTO2 gibt es das Ganze dann nochmal eine ganze Ecke günstiger. Links dazu findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Zur normalen Mavic 3 gibt es, wie gesagt, keine weiteren Unterschiede. Das bedeutet aber hier natürlich auch, dass im Vergleich zur Mavic 2 Pro das gesamte Arsenal an Hinderniserkennung, inklusive Rundumkameras, oben, unten, ausweichend mit A-Pass mit an Bord ist. Ist die Mavic 3 Classic also das perfekte Upgrade zur Mavic 2 Pro? Es scheint eigentlich fast so. Und da die Mavic 2 nicht mehr hergestellt wird, ist die Mavic 3 Classic sozusagen ein Ersatz dafür. Ein durchaus willkommener und sehr, sehr fähiger Ersatz, der abgesehen davon, dass die M2P mittlerweile deutlich günstiger zu haben war, nun genauso viel kostet, wie sie damals zum Release gekostet hatte und Rechtssicherheit mit sich bringt mit C1-Label und viele, viele ziemlich wichtige Vorteile. Ihr wisst ja, dass ich meistens recht kritisch bin, wenn es um sowas geht. Aber an der Mavic 3 Classic habe ich wenig bis gar keine Kritikpunkte gefunden. Der Preis ist okay, okay, die normale Fernsteuerung ist immer noch eine Zumutung, aber irgendwann muss ich auch mal darüber hinwegkommen. Dafür gibt es eben jetzt den Baby Smart Controller, DJI RC. Der ist eine wohltatende, absolute Empfehlung meinerseits. Kauft das Ding damit. Es fehlen auch hier ein paar Bedienelemente im Vergleich zum großen RC Pro, aber das Smartphone-Gefummel los zu sein, ist einfach traumhaft. Wenn ihr nicht gerade schon ein DJI RC oder RC Pro habt, dann seht zu, wenn ihr die Mavic 3 Classic haben wollt, dass ihr das Set kauft, wo das Teil mit drin ist. Es sind nur 200 Euro Aufpreis und das ist es definitiv wert. Habe ich schon bei der Mini 3 Pro gesagt und sage ich auch jetzt immer noch. Was mich abgesehen davon aber nach wie vor stört und ich nicht verstehen kann, sind die Fly More Kit Preise. Denn wie damals schon gesagt, hat das vorher bei jeder DJI Drohne Sinn ergeben, das Fly More Kit zu kaufen. Schon allein, weil die zwei Akkus, die da drin waren, meistens einzeln so viel gekostet haben wie das ganze Fly More Kit. Selbst bei der Mini 3 Pro wieder macht das Sinn. Bei der Mavic 3 Classic ist das Fly More Kit ohne die Filter 200 Euro teurer, als wenn man zwei Akkus einfach so dazu kauft. 200 Euro für eine Tasche, ein Ladehub und ein KFZ-Ladegerät ist für mich kein so guter Deal. Also mein Tipp nach wie vor, kein Fly More Kit kaufen. Kauft euch einen weiteren Akku mit dazu. Zwei reichen für 90% der Nutzer. Kauft euch hochwertige Filter wie die von Freewell und investiert das gesparte Geld in eine richtig schöne Tasche, einen tollen Kamera- oder Drohnenrucksack, wie den hier, den ich euch leider noch nicht zeigen darf, weil er offiziell noch nicht auf dem Markt ist. Insgesamt bleibt die Mavic 3 Classic aber eine ganz klare Empfehlung. Es ist die beste fliegende Kamera, die ihr nicht nur für dieses Geld bekommen könnt, sondern die eben auch noch ordentlich in den Rucksack passt, verdammt lange fliegt, wichtiges C1-Label hat und, 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 und. Ich bin hin und weg. Umsteigen von der normalen Mavic 3 lohnt sich vermutlich gar nicht. Dann macht man beim Verkauf vermutlich so viel Verlust, dass man sich die Classic nicht mal neu kaufen kann. Und dann kann man die Telekamera auch einfach behalten, selbst wenn man sie eben nicht nutzen sollte. und haben es immer besser als hätten. Aber wer bei der Mavic 3 noch gezweifelt hat und wegen dem Preis vielleicht bei der Mavic 2 Pro geblieben ist, die er schon hatte, dann dürfte er jetzt vielleicht von der Mavic 3 Classic irgendwie überzeugter sein, oder? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wenn es euch so geht, oder allgemein auch, was ihr von der Mavic 3 Classic haltet. Wenn die Mavic 3 Classic was für euch ist, findet ihr Links zur Drohne da unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mir diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal und sorgt so wiederum dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Und das mache ich liebend gerne. Gerade Drohnen sind sowas, was ich leider viel zu selten selbst nutze, aber dafür umso mehr mit Hingabe, Liebe und Verfolge. Und das, nachdem ich die Teile früher voller Herzblut selbst gebaut habe. Mit meinem Video zur ersten Mavic Pro hat der Kanal quasi seinen ersten richtigen Durchbruch gelandet und mittlerweile zählt DJI zu den Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. So, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert gerne den Kanal und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt, denn das war es für heute bei DAVISION. Und ich sage dann mal, ciao bis zum nächsten Mal.